Felsbecken Pepper und Schorsch fahren mit Oma und Opa Wutz ans Meer. Pepper und Schorsch lieben das Meer. Oh, wohin ist der Sand verschwunden? An diesem Strand ist gar kein Sand, Pepper. Kein Sand? Aber eigentlich wollten wir doch Sandburgen bauen. Pepper und Schorsch bauen so gerne Sandburgen. Na, na, Schorsch, sei nicht traurig. An diesem großen Felsenstrand kann man auch so einiges erleben. Und was? Wenn die Wellen ablaufen, dann bleiben kleine Planschbecken voll Wasser in den Felsen zurück. Felsbecken sozusagen. Und in jedem Felsbecken gibt's irgendwas zu entdecken, was das Meer hineingespült hat. Oh, ich sehe etwas Glitzerndes. Es ist eine Münze. Boah. Vielleicht von einem echten Piratenschatz. Oh. Kommt, wir sammeln alles Schöne ein, was wir finden. Ja, wir sammeln es in Schorschs Eimer. Und was für ein Schatz verbirgt sich in diesem Becken? In diesem Felsbecken ist nichts Besonderes. Irgendetwas ist immer da, Pepper. Sieh genau hin. Oh, da ist irgendetwas. Ja, es ist ein Krebs. Der Krebs zwickt Opa Wutz in den Finger. Oh. Au. Böser Herr Krebs. Guck mal, Schorsch. Herr Krebs marschiert ja seitwärts. Schorsch tut, als wäre er ein Krebs. Pepper möchte auch ein Krebs sein. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Zwick, zwick, zwick. Hilfe. Hier sind zwei sehr böse Krebse. Die wollen mich zwicken. Zwick, zwick, zwick. Wir sind böse Krebse. Zwick, zwick, zwick. Husch, husch, ihr bösen Krebse. Geht zurück in eure Felsbecken. Ja. Wir gehen wieder zu den Felsbecken. Hast du was entdeckt? Eine Muschel. Hörst du darin das Meer rauschen? Was meinst du damit? Wenn du eine Muschel ans Ohr hältst, kannst du das Meer hören. Toll. Ich höre wirklich das Meer. Ich liebe meine Muschel. Schorsch, kannst du auch eine Muschel finden? Muschel. Das ist nur keine Muschel. Oh. Peppa hat recht. Es ist keine Muschel. Schorsch hat ein Fossil gefunden. Was ist ein Fossil? Ein Fossil ist ein Überbleibsel eines Lebewesens, das vor langer Zeit lebte. Zur Zeit der Dinosaurier. Sausia. Felsbecken sind so spannend. Ja, für uns schon. Bloß nicht für diesen kleinen Fisch hier. Ein Fisch? Wo? Oh. Armer kleiner Fisch. Er sitzt in der Falle. Oh. Oh. Der kleine Fisch sagt, er möchte schnell wieder zurück ins Meer. Vielleicht kannst du ja dein Eimerchen nehmen und ihn damit retten. Ja. Peppa rettet den kleinen Fisch mit ihrem Eimer. Keine Sorge, Herr Fisch. Du bist bald wieder bei deinen Freunden. Wiedersehen, Herr Fisch. Wiedersehen. Ich liebe Felsbecken. Die Tankstelle von Opa Clef. Das ist die Tankstelle von Opa Clef. Da kommen Peppa und ihre Familie mit ihrem Auto. Hallo, Klausi. Hallo, Peppa. Was können wir für euch tun? Wir haben Benzin, Luft für die Reifen und eine neue automatische Waschanlage. Äh, zwei Eis am Stiel, bitte. Oh. Aber sicher. An der Tankstelle von Opa Clef gibt es viel zu kaufen. Sogar Eis am Stiel. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe unser Auto. Und unser Auto liebt uns auch. Oder nicht? Auweia. Das Auto ist stehen geblieben. Das ist nicht gut. Es springt nicht an. Ich weiß was. Ich rufe Opa Clef an. Opa Clef haben wir parat. Hilfe. Unser Auto ist kaputt gegangen. Klausi, wir haben einen Notfalleinsatz. Yippie. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Guckt mal. Da sind Klausi und Opa Clef. Hurra. Opa Clef weiß alles über Autos. Hm. Ist es was Ernstes? Nein. Ihr habt bloß kein Benzin mehr. Was sollen wir tun? An meiner Tankstelle gibt es genug Benzin. Ich schleppe euch ab. Opa Clef schleppt Peppers Auto zurück zu seiner Tankstelle. Opa Clef tankt Peppers Auto mit Benzin auf. Danke, Opa Clef. Da kommt Luzi Locke mit ihrer Mama angefahren. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Wir hatten kein Benzin mehr. Opa Clef hat uns gerettet. Boah, wie aufregend. Tschüss, bis später. Wiedersehen. Oh nein, aus dem Reifen ist die ganze Luft raus. Muss Opa Clef uns retten kommen? Ich glaube schon. Opa Clef haben wir parat. Verstehe. Keine Panik, Mama Locke. Bin unterwegs. Rettungsaktion läuft. Darf ich auch mit? Hüpf an Bord, Peppa. Rettungsaktion läuft. Rettungsaktion läuft. Hallo, Luzi. Willkommen, um euch zu retten. Hurra. Opa Clef füllt wieder Luft in den Reifen. Danke, Opa Clef. Hier kommen Oma und Opa Wutz mit ihrem Auto. Hallo zusammen. Hallo, Opa Wutz. Hättet ihr gern etwas Benzin oder Luft? Nein, danke. Ich möchte deine neue Waschanlage ausprobieren. Selbstverständlich. Sie ist computergesteuert. Willkommen. Ich bin die Waschanlage der Zukunft. Oh. Zuerst Seifenlauge. Dann spülen. Und zum Schluss polieren. Oh. Entschuldigung, ein Fehler ist aufgetreten. Auweia. Aber der Computer ist kaputt und Opa Wutz Auto steckt fest. Ah. Unternimm etwas, Opa Clef. Oh. Ich weiß nicht, wie man Computer repariert. Mein Papa hat unseren Computer repariert. Äh. Naja. Ich habe ihn eigentlich nicht repariert. Ich habe ihn bloß... Gut. Dann ist das ein Auftrag für Papa Wutz. Hm. Vielleicht schalte ich ihn einfach mal aus. Und dann schalte ich ihn wieder ein. Papa Wutz hat die Waschanlage repariert. Hurra. Opa Clef ist der beste Autoreparierer. Aber mein Papa hat die Waschanlage repariert. Hohohoho. Schorschs Geburtstag. Heute ist Schorschs Geburtstag. Ha ha ha. Es ist noch sehr früh am Morgen. Schorschs. Schorschs. Es ist viel zu früh. Sousia. Geh zurück ins Bett. Klingt, als wäre da jemand schon frisch und munter. Herzlichen Glückwunsch, Schorschs. Schorsch hat mich geweckt. Du hast auch alle geweckt an deinem Geburtstag, Peppa. Das ist was anderes. Das war mein Geburtstag. Und heute ist Schorschs Geburtstag. Oh. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Hier ist ein Geschenk, Schorsch. Uh. Sousia. Ich wusste, dass es irgendein Dinosaurier-Ding sein würde. Räää. Ha ha. Drück mal auf seinen Bauch. Ah. Ah. Wie schrecklich. Schorsch, ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Rat mal, was ich dir gemalt habe. Schorsch kann es nicht erraten. Ich wollte dir eine Blume malen. Oh. Schorsch mag keine Blumen. Aber dann habe ich dir etwas anderes gemalt. Einen Sousia. Das ist ein sehr schönes Bild, Peppa. Ja, ich kann sehr gut malen. Jetzt machen wir noch einen Ausflug als besondere Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Yippie, los geht's. Wohin fahren wir denn? Ihr werdet schon sehen. Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für Schorsch. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Ähm, gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren sie bloß? Wir sind da. Familie Wutz ist am Museum angekommen. Warum sind wir am Museum? Kommt mit, ihr werdet schon sehen. Was könnte Schorschs Geburtstagsüberraschung wohl sein? Schorsch, was magst du am liebsten auf der ganzen Welt? Sousia. Uh, Sousia. Schorschs Geburtstagsüberraschung ist ein Besuch in der Dinosaurier-Ausstellung. Schon wieder diese blöden alten Saurier. Sousia. Hab keine Angst, Schorsch. Das ist kein echter Dinosaurier. Das ist nur ein Roboter. Guck, wenn du dich hier hinstellst, dann... Und jetzt gibt es noch eine andere Überraschung. Alle Freunde von Schorsch und Peppa sind da. Überraschung. Frau Löffel hat Schorsch einen Geburtstagskuchen gebacken. Wer erred denn wohl, was für ein Kuchen das ist? Dinosaurierkuchen? Tatsächlich. Wie gut du das geraten hast, Peppa. Herzlich Glückwunsch, Schorsch. Und es gibt noch eine letzte Überraschung. Freut's mir. Was könnte die letzte Überraschung wohl sein? Was glaubst du, ist das, Peppa? Vielleicht hat es ja wieder was mit Dinosauriern zu tun. Oh, was ist das? Hihi, es muss nur noch aufgepumpt werden. Ich weiß es, ich weiß es. Es ist eine Hüpfburg. Peppa liebt Hüpfburgen. Aber wenn es für Schorsch ist, warum hat es nichts mit Dinosauriern zu tun? Haha, es ist ein Dinosaurier. Ein Hüpfdinosaurier. Hurra! Schorsch liebt Hüpfdinosaurier. Alle lieben Hüpfdinosaurier. Ist das toll. Herzlichen Glückwunsch, Schorsch. Der Karnevalsumzug. Peppa und ihre Familie möchten den Karnevalsumzug sehen. Hallo! Luzi Locke und Mia Maulwurf sind auch da. Hallo, Peppa. Wollt ihr auch den Karnevalsumzug anschauen? Ja, ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, es wird fantastisch. Mit feuerspeienden Drachen. Und fliegenden Zauberkünstlern. Hoffen wir, dass es wirklich so toll wird. Was ist das? Geht es schon los? Nein, das sind Leute, die die Straße reinigen, bevor der Umzug kommt. Oh, das klingt allerdings ziemlich gut. Sie benutzen Besen und Mülleimer, um Musik zu machen. Der Karnevalsumzug geht los. Hier kommen Herr Bulle und seine coole Band auf Opa Clefs Laster. Und da ist Herr Pony, der Optiker. Hallo! Guckt mal, Petro ist auf dem Wagen. Hallo! Hallo, Petro! Ich wäre auch gern beim Umzug dabei. Ich auch. Oh, was ist das? Hallo! Wow, ein Boot, das über die Straße segelt. Es sind Käpt'n Clef und Klausi-Clef. Wauw, wauw! Oh, schau, da ist ja auch Frau Mümmels Rettungshubschrauber. Aber wo ist Frau Mümmel? Frau Mümmel ist die Karnevalsprinzessin. Ui! Sie hat aber nicht viel zu tun. Habe ich recht? Das unterscheidet diesen von all ihren anderen Jobs. Wahrscheinlich ist sie froh, dass sie mal die Füße hochlegen kann. Ui! Hier kommt Mr. Kartoffel. Bitte begrüßen Sie hier unseren Freund, Mr. Kartoffel! Wauw, wauw! Mr. Kartoffel hat einen großen Luftballon an sein Auto gebunden. Wow! Das ist bestimmt der größte Luftballon der Welt. Aufer, aufer, behält dich auf der Art. Mr. Kartoffel kommt heute in die Stadt. Oh je, das Band ist abgerissen. Ah, mein Ballon! Es ist okay, ich hab ihn. Er fliegt mit mir davon! Hilfe! Wir müssen den Rettungsdienst alarmieren. Hallo? Frau Mümmels Rettungsdienst hier. Mr. Kartoffel fliegt mit einem Luftballon davon. Hilfe! Hilfe! Ich bin schon unterwegs. Moment mal, mit all dem Zeug kann ich nicht zum Einsatz. Wer will Karnevalsprinzessin sein, solange ich mal eben jemand rette? Ich, ich, ich! Dann mal los! Ich bin die beste Karnevalsprinzessin. Ich kann am besten herumkommandieren. Ich kann das ganz genauso. Ich sollte die Prinzessin sein. Denn ich kann am besten winken. Warum seid ihr nicht einfach alle drei Prinzessinnen? Na gut, dann trage ich die Krone. Ich sitze auf dem Thron. Und ich nehme den Umhang. Hilfe! Hilfe! Frau Mümmel startet, um Mr. Kartoffel zu retten. Ich fliege Sie am besten von unten an. Wow! Passt ja auf! Ups! Entschuldigung, Mr. Kartoffel. Warten Sie! Ich steige höher! Frau Mümmel! Was ist denn Ihr Plan? Ich plane nie etwas. Ich mache es eigentlich immer so, wie es kommt. Autopilot aktiviert. Haben Sie einen schönen Tag? Der Autopilot steuert den Hubschrauber von ganz allein. Tschüss! Auf Wiedersehen! Also, wie kriegen wir jetzt diesen Ballon runter? Soll ich ihn anpiksen? Wääh! Nein! Auf gar keinen Fall anpiksen! Oh, na gut. Dann löse ich den Knoten. Frau Mümmel will die Luft aus dem Ballon ablassen. Mann, Schatz! Nein! Geschaffen! Frau Mümmel hat Mr. Kartoffel gerettet. Dankeschön! Hurra! Jetzt kann ich auch wieder die Karnevalsprinzessin sein. Wir haben ja bisher auch nur drei Karnevalsprinzessinnen. Das ist der beste Karneval aller Zeiten. Pepper liebt Karneval. Alle lieben Karneval. Das Kinderfest. Pepper und ihre Freunde sind im Kindergarten. Herr Bulle überprüft gerade das Hausdach. Muuu! Wer hat denn dieses Dach hier gebaut? Ähm, Sie selber, Herr Bulle. Gute Arbeit. Das hält bestimmt eine Ewigkeit. Aber es tröpft ihr Wasser rein. Sehen Sie nur Tröpfe, die tröpfen. Sie brauchen ein neues Dach. Mon Dieu! Woher sollen wir denn nur das viele Geld für ein neues Dach nehmen? Wir machen ein Kinderfest und nehmen Geld ein. Gute Idee, Klausi. Aber wer organisiert das? Na, wir! Ja! Wir Kinder können das machen. Ich kann gut Gesichter schminken. Und ich stehe am Mikrofon. Und wir machen ein Mama-und-Papa-Rennen. Ich verkaufe Luftballons. Ja! Wir machen ein Kinderfest. Und wir machen ein Kinderfest. Hurra! Der Tag des Kinderfestes ist gekommen. Alle Eltern sind da. Hallo, Erwachsene! Klausi Kleff ist der Ansager. Spenden Sie Geld für unser schönes neues Dach. Emily Elefant hat einen Stand mit Trödelkram. Kommen Sie! Kommen Sie! Alles Mögliche an Trödelkram. Ganz schön viel Trödelkram, Emily. Es wird den ganzen Tag dauern, das zu verkaufen. Da kommt Herr Fuchs. Hm, das sieht ja sehr interessant aus. Luftballons! Bunte Ballons! Für Sie einen Luftballon, Madame Gazelle? Ich hätte gern einen roten. Wie viel macht das? Wie viel haben Sie denn? Och, natürlich! Wir brauchen das viele Geld doch für das Dach. Madame Gazelle! Ich bin alles losgewonnen. Wunderbar, Emily. Wie viel Geld hast du denn eingenommen? Ähm, Geld? Hast du denn kein Geld bekommen für deinen Trödelkram? Das wusste ich gar nicht. Herr Fuchs war hier und hat alles so mitgenommen. Lassen Sie sich Ihr Gesicht schminken! Luzi Locke hat einen Stand fürs Gesichterschminken. Hallo, Luzi. Kann ich bitte ein Bergleopard sein? Nein, ich kann nur Obst schminken. Okay, dann wäre ich gern... Eine Pflaume! Fertig! Peppa hat ein Tombola-Fass. Aufgepasst! Reingefasst! Und Glück gehabt! Muuu! Hallo, Peppa! Hallo, Herr Bulle! Sie sind ja ganz grün im Gesicht. Ich bin ein Apfel! Oh! Möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Gerne! Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner! Herr Bulle hat ein Püppchen gewonnen. Miau! Darf ich auch mal? Frau Mieze hat einen Bagger gewonnen. Oh! Wollen Sie nicht tauschen? Nein, danke! Herr Bulle und Frau Mieze mögen ihre Gewinne aus dem Tombola fassen. Und jetzt aufgepasst! Freddy Fuchs veranstaltet das Mama- und Papa-Rennen. Danke schön! Das viele Geld ist für unser schönes neues Dach. Ich bin ziemlich gut im Rennen. Es ist aber kein Rennen, Papa. Es ist Sackhüpfen. Oh! Du musst in diesen Sack reinsteigen und darüber hüpfen, klar? So schnell wie du kannst. Klar! Auf die Plätze! Fertig! Los! Oh! Sie sind hingefallen. Oh! Und schon sind sie wieder auf den Ball. Hurra! Papa, schnell! Schmeller, Papa! Länger! Weiterschein, Papa! Hurra! Meine Mama hat gewonnen! Juck, juck, hurra! Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Ja, sehr viel Spaß! Aber wirklich, wir müssen den Kindern danken für ihre viele achte Arbeit. Danke, Kinder! Und wir haben auch genug Geld zusammenbekommen für ein schönes neues Dach. Hurra! Hurra! Die Kartoffeltraumstadt. Pepper und ihre Familie fahren in die Kartoffeltraumstadt. Was ist die Kartoffeltraumstadt, Mama? Das ist ein Themenpark, Pepper, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Das klingt aber ein bisschen langweilig. Das wird ein Spaß! Kartoffeltraumstadt, wir kommen! Wir sind da! Familie Wutz ist angekommen, an einem Kartoffelfeld. Ist das Kartoffeltraumstadt? Das muss es sein. Und mir scheint, wir kommen gerade richtig. Denn es ist nicht überfüllt. Bist du dir sicher, dass wir hier richtig sind, Papa Wutz? Mir scheint, es ist ein ganz normaler Kartoffelacker. Entschuldigung, ist hier wohl Kartoffeltraumstadt? Nein, das da ist Kartoffeltraumstadt. Es ist nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Das ist fantastisch! Wie viele Eintrittskarten? Zwei Erwachsene und zwei Kinder, bitte, Frau Mümmel. Ganz schöner Betrieb heute. Betrieb? Nein! Für Kartoffeltraumstadt ist es heute eher ruhig. Ich wünsche euch viel Spaß! Auch Peppas Freunde sind heute in Kartoffeltraumstadt. Hallo alle zusammen! Hallo Pepper! Und da ist Mr. Kartoffel höchstpersönlich. Willkommen in Kartoffeltraumstadt! Wo das grandiose Gemüse gefeiert wird! Oh! Seht, unser Gemüse wird groß! Lernt hier, wie uns Gemüse fit und gesund hält! Und erkundet das all mit der Kartoffelrakete! Pepper und ihre Freunde wollen mit der Kartoffelrakete fahren. Schorsch will auch mit. Bist du dir sicher, Schorsch? Es sieht ein bisschen hoch aus. Papa Wutz mag es nicht allzu hoch. Muuu! Beeil dich, Papa Wutz! Ich war da nicht hoch. Schorsch ist noch zu klein, um alleine mitzufahren. Oh, also gut. Dann lass uns schnell fahren. Oh, ihr werdet allerdings schnell fahren. Schorsch hat seine Meinung geändert. Oh, armer Schorsch. Komm zu Mami. Ich steig dann auch mal schnell aus. Und abgestimmt! Viel Spaß, Papa Wutz! Oh! Es hat gestoppt. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Oh! Das ist himmlisch! Wuuu! Mit Tauern steigen! Das war ein Spaß. Findest du nicht auch, Papa? Oh, ja. Ein toller Spaß. Mama, was ist das? Geh drumherum und steck deinen Kopf durch das Loch. Und was passiert dann? Luzi! Jetzt bist du eine Tomate! Guckt! Ich bin eine Möhre. Oh, ja. Und ich bin ein Kürbis. Willkommen im Dinosauriergarten. Oh! Begrüßt mit mir meine Dinosaurierfreunde. Ihr braucht keine Angst zu haben. Sie sind ja nicht echt. Aber sie haben ganz haargenau so ausgesehen, als sie zusammen die Erde bewohnt haben. Das stimmt nicht. Was? Der Triceratops lebte doch in der Kreidezeit. Der Stegosaurus dagegen im Jura. Sie haben nicht zusammen die Erde bewohnt. Woher weißt du das? Ich bin eben ein Schlauberger. Määh! Nun denn, wer von euch möchte gerne reiten? Ich, ich. Warum gibt es überhaupt Dinosaurier in der Kartoffeltraumstadt? Ähm, Kartoffeln waren die Lieblingsspeise von Dinosauriern. Nein. Wie auch immer, Kinder lieben Dinosaurier. 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 Auf geht's, auf geht's. Hier kommt das Gemüsekarussell Schwingen Ding. Das Gemüsekarussell Schwingen Ding. Ich mag die Kartoffeltraumstadt. Man lernt hier Gemüse kennen und vor allem saß man darauf im Kreis herum. Die Kartoffeltraumstadt, wo das grandiose Gemüse gefeiert wird. Neue Anziehsachen für Schorsch. Es ist ein herrlicher Tag. Pepper und Schorsch spielen im Garten. Matschepfützen. Pepper und Schorsch lieben es, in Matschepfützen zu springen. Schorsch, du bist so schmutzig. Pepper, Schorsch. Schorsch, meine Güte, so ein schmutziges kleines Schweinchen. Du musst in die Wanne. Und, wir müssen deine Anziehsachen waschen. Schorsch wird in der Wanne gewaschen. Seine Anziehsachen werden in der Waschmaschine gewaschen. Die Sachen sehen aus, als hätten wir sie schon tausendmal gewaschen. Da sind lauter Löcher in Schorsch-Anziehsachen drin. Wenn man Anziehsachen sehr oft wäscht, bekommen sie Löcher. Schorsch, ich sehe ja deinen Po. Es wird Zeit, dass Schorsch etwas Neues zum Anziehen bekommt. Mama Wutz geht mit Pepper und Schorsch in ein Geschäft für Kinderkleidung. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen ein paar neue Anziehsachen für Schorsch. Das trifft sich aber gut. Dies ist ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst müssen wir mal Maß nehmen. Streck doch mal deine Arme aus. Schorsch hat Angst, dass sie ihn gleich kitzeln wollen. Ich verspreche, dass ich dich nicht kitzeln werde. Meine Güte. Du bist aber ein großer, starker Junge. Da siehst du es, Schorsch. Frau Mümmel hat dich gar kein bisschen gekitzelt. Stimmt's? Nein. Aber ich kitzel dich. Schorsch liebt es, wenn Pepper ihn kitzelt. Fein. Mal schauen, ob wir was Schönes für Schorsch finden. Wie wär's denn damit? Der wird dich schön warm halten. Oh. Am besten probierst du den Pullover mal an, Schorsch. Hier. Schorsch trägt einen großen, dicken Pullover aus Wolle. Der sieht kuschelig aus, Schorsch. Hm. Weiß ist vielleicht keine gute Farbe, wenn man gern in Pfützen springt. Hm. Wie wär's damit? Viele bunte Farben, gar kein Weiß. Schorsch, du siehst ja aus wie ein Clown. Nein. Schorsch möchte nicht wie ein Clown aussehen. Hm. Das sind zu viele Farben. Wie wär's mit einem Anzug? Und jetzt siehst du aus wie ein Pinguin. Ja. Das sieht irgendwie nicht aus wie Schorsch. Hm. Wie gefällt Ihnen das? Der sieht genauso aus wie die alte Kleidung. Oh ja. Schorsch. Du siehst aus wie du. Und was sagst du, Schorsch? Hurra. Schorsch mag seine neuen Anziehsachen. Papa, wir sind da. Oh. Es gab für Schorsch wohl keine neuen Anziehsachen. Das sind seine neuen Anziehsachen, Papa Wutz. Es sind die gleichen wie vorher. Nur ohne Lächer. Verstehe. Können wir jetzt im Garten spielen, Mama? Ja. Lasst uns doch alle im Garten spielen. Yippie. Da, eine Matzepütze. Da hüpf' ich jetzt rein. Pitsche, patche, mitsch, matsch, matschepützen. Plitsch, platz, plotz, plitsch, platz. Mit einem Pitsch, patz hier und einem Pitsch, patz da. Hier ein Pitsch, da ein Patsch. Überall nur Pitsch, platz. Pitsche, patche, mitsch, matsch, matschepützen. Pitsch, platz, 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 platz. Schorsch, deine neuen Anziehsachen sind ja schon wieder ganz schmutzig. Das sagt die richtige, Peppa. Schau dich doch mal selber an. Du scheinst mir auch ein bisschen schmutzig zu sein, Papa Wutz. Du aber auch, Mama Wutz. Egal, es ist nur Matsch. Den waschen wir wieder raus. Also wenn wir sowieso waschen müssen, können wir uns doch noch viel schmutziger machen. Ja! Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz lieben es, sich schmutzig zu machen. Alle lieben es, sich schmutzig zu machen. Opie mömmelt Dinosaurierpark. Heute hat Freddy Fuchs Geburtstag. Und alle Kinder machen einen Ausflug. Wo fahren wir hin, um deinen Geburtstag zu feiern, Freddy? Weiß ich auch nicht. Aber ich kann's kaum erwarten, anzukommen. Wir sind da. Herzlich willkommen in Opie Mümmels Dinosaurierpark. Oh! Saurier. Schorsch liebt Dinosaurier. Gibt es hier etwa echte Dinosaurier? Nein. Hier gibt es nur unechte. Puh. Echte Dinosaurier sind vor 65 Millionen Jahren ausgestorben. Edmund Elefant kennt sich mit Dinosauriern aus. Er ist ein Schlauberger. Wir haben etwas Besseres als echte Dinosaurier. Wir haben singende Dinosaurier. Wir sind Dinosaurier. Saurier. Saurier. Wir sind Dinosaurier. Pettiger. 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 Aber die sind klein. Ja. Eigentlich sind Dinosaurier doch sehr groß. Oh ja. Wir haben einen sehr großen Dinosaurier. Einen echten Brummer. Möchtet ihr den mal sehen? Ja, gern. Das hier sind seine Fußspuren. Wir müssen ihnen nur folgen. Oh. Diese Fußspuren sehen sehr echt aus. Bist du sicher, dass hier keine richtigen Dinosaurier leben, Opi Mümel? Ziemlich sicher, Papa Wutz. Über die Felsen, Alemann. Über die Brücke. Durch die Höhle. Oh, die Fußspuren haben aufgehört. Schaut mal. Da geht eine grüne Treppe hoch. Eine Riesenrutsche. Hui. Hui. Juhu. Hui. Boah. Das ist ein Dinosaurier. Ja, das ist meine monstergroße, riesigartische Saurierwutsche. Ha ha ha. Das ist mal ein Dinosaurier. Er ist ein Brontosaurus. Genauer gesagt handelt es sich hier um ein Apatosaurus. Und du bist wohl ein kleiner Schlauberger. Ja. Also, meine Wertenentdecker, seid ihr bereit für den nächsten Teil des Abenteuers? Ja, Opi Mümel. Wir suchen jetzt als nächstes ein Ei. Ein Ei? Aber Eier sind klein. So ein Ei kann sich überall versteckt haben. Überlass das mir. Füchse sind nämlich Experten im Eiersuchen. Freddy Fuchs hat einen sehr guten Geruchssinn. Boah, was für ein Ei. Es ist groß. Warum ist das Ei denn so riesig? Es ist ein Saurier-Ei. Ist es echt? Nein, es ist besser als echt. Es ist künstlich. Schaut her. Herzlichen Glückwunsch. Im Saurier-Ei ist eine Geburtstagstorte versteckt. Hurra. Die Torte ist hoffentlich nicht künstlich, oder, Opi Mümel? Nein, diese Torte ist ganz echt und ausgesprochen lecker. Wer möchte denn ein Stückchen? Ich. Ich. Hier, Geburtstagskind. Du fängst an, Freddy. Herzlichen Glückwunsch, Freddy. Es ist Zeit, zu tatzen und zu singen. Aufgepasst! Macht mir nach! Trappel mit! Trappel wie ein Saurier! Brülle mit! Brülle wie ein Saurier! Stampf, stampf, stampf! Brüll, brüll, brüll! Macht den Saurier stampf! Stampf, brüll! Das ist mein bester Geburtstag aller Zeiten. Baggerland. Pepper und Schorsch fahren heute ins Baggerland. Bagger, Bagger. Schorsch mag Bagger. Und ich mag Bagger auch. Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren. Boah. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen im Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wagen. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh. Pepper und Schorsch, rauf mit euch. Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Oh. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voila. Hurra. Pepper und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapel, die bunte Würfel zu einem Mauer. An die Arbeit, Mama. Jawohl, Pepper. Schneller strampeln, Mama. Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Pepper. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je. Schorsch hat Peppers Mauer abgerissen. Schorsch. Du freches Schweinchen. Hoho. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Pepper und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Es gibt Mr. Kartoffelpuppen und Dinosaurier zu gewinnen. Saurier. Einverstanden, Schorsch. Wir angeln nach dem Dinosaurier. Mehr zu mir, Schorsch. Nein, nein, da lang. Zurück zu mir. Runter. Hurra. Wir haben den Dinosaurier. Der Dinosaurier ist zu schwer für den Greifarm. Versuch's doch mal. Oh nein. Jetzt haben wir eine Mr. Kartoffelpuppe. Die Mr. Kartoffelpuppe ist nicht zu schwer für den Greifarm. Da habt ihr aber Glück gehabt und ihr dürft sie behalten. Oh. Ohne das Beste ist, ihr habt euch jeder eine Baggerfahrermedaille verdient. Ihr seid der voll ausgebildete Baggerfahrer. Hurra. Danke für den Besuch im schönen Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Tschüss. Wiedersehen. Ich fand es im Baggerland ganz toll, weil wir da alleine Bagger fahren. Stopp. Es ist Herr Bulle. Was ist denn hier passiert, Herr Bulle? Wir bauen hier auf der Straße eine Backsteinmauer. Bagger, Bagger. Ähm, Herr Bulle? Dürfen wir mal mit Ihrem Bagger fahren? Oh, ich befürchte nein. Kinder können noch nicht Bagger fahren. Aber wir waren im Baggerland. Und wir haben Medaillen. Oh, das ist was anderes. An Bord mit euch. Also ich fahre den Bagger und ihr habt die wichtige Aufgabe, auf die Knöpfe zu drücken. Also dann los. Drückt auf den Knopf. Was? Auf den roten? Nein, auf den grünen. Der Bagger hat die neu gebaute Mauer abgerissen. Tut mir leid, Herr Bulle. Ha, ha, ha. Erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht Baggern richtig Spaß. Pepper und Schorsch lieben Bagger. Alle lieben Bagger. Lärm in der Nacht. Pepper und ihre Familie übernachten heute bei Cousine Chloe. Hallo ihr alle. Hallo. Oh, ihr seid doch bestimmt müde nach dieser langen Reise. Ja, ich glaube wir werden heute früh schlafen gehen. Zuerst bringen wir Baby Alexander ins Bett. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Baby Alexander mag Lärm. Dabei schläft er gut ein. Wir mögen es eben laut in unserem Haus. Wir sind eine laute Familie. Pepper und Schorsch, ihr schlaft heute Nacht bei mir. Oh, super. Pepper und Schorsch freuen sich, dass sie bei Cousine Chloe schlafen dürfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Alle liegen gemütlich im Bett und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Pepper und Schorsch sind aufgewacht. Was für ein Lärm. Das ist der Staubsauger. Ähm, warum saugst du mitten in der Nacht? Wir stören euch doch nicht etwa, oder? Was? Oh, nein. Wir haben gemerkt, dass Baby Alexander bei Lärm am besten einschläft. Er liebt Lärm. Wir sind eben eine laute Familie. Alle liegen wieder in ihren Betten und schlafen. Baby Alexander ist aufgewacht. Warum spielt Tante Wutz denn Trompete? Damit Alexander einschläft. Je lauter, desto besser. Geht das nicht auch irgendwie anders, ohne so viel Lärm zu machen? Wir glauben nun mal, mit Lärm geht es am besten. Als Schorsch ein Baby war, haben wir ihn in seinem Kinderwagen rund ums Haus geschoben. Und dabei ist er immer eingeschlafen. Wie seltsam. Ohne laute Geräusche? Ja, wirklich. Wie oft ums Haus war das nochmal, Mama Wutz? Dreimal? Fünfzig Mal. Papa Wutz schiebt Baby Alexander im Kinderwagen rund ums Haus. Fünfzig Mal. Ah, gut. Baby Alexander schläft wieder. Lasst ihr mich wieder rein? Ich schalte nur die Alarmanlage aus. Und jetzt den Alarm wieder an. Peppa, was machst du denn hier? Ich kann nicht schlafen, Papa. Das ist so eine lärmige Nacht. Okay, Peppa. Ich bring dich wieder ins Bett. Also, wo war nochmal euer Zimmer? Stopp, Papa. Das ist das Zimmer von Baby Alexander. Baby Alexander ist von dem Licht aufgewacht. Kein Problem. Hier kommt schon der Staubsauger. Und hier die Trompete. Stopp. Stopp. Ich weiß noch was anderes, was Schorsch früher zum Schlafen gebracht hat. Oh ja. Wir haben ihn im Auto rumgefahren. Ich mach den Wagen startklar. Denk an die Alarmanlage. Papa Wutz hat die laute Alarmanlage ausgelöst. Und jetzt hat die Alarmanlage auch alle anderen aufgeweckt. Da kommt Frau Mümmel mit dem Rettungshubschrauber. Ist alles in Ordnung bei euch da unten? Es gab einen Alarm? Ja, alles gut. Okay, gute Nacht. Von dem ganzen Lärm ist Baby Alexander wieder eingeschlafen. Und jetzt schläft er tief und fest. Und alles wegen meinem lauten Papa. Gut gemacht, Papa Wutz. Ihr solltet öfters bei uns schlafen. Die Zugfahrt. Peppa und ihre Freunde machen heute eine Zugfahrt. Herr Löffel ist am Schalter. Wie viele Fahrscheine? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Kinderfahrscheine und einen Lehrerfahrschein bitte. Bitte Kinder, die Fahrscheine nicht verlieren. Darf ich bitte die Fahrscheine sehen? Ähm, mein Fahrscheine ist weg. Armer Pedro, du musst besser aufpassen. Da ist dein Fahrscheine. Oh, verliere ihn aber nicht nochmal. Da kommt der Zug. Tuff, tuff. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alles einsteigen. Hurra. Tuff, 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 tuff. Der Zufler fährt jetzt ab. Keuch und schnauf, keuch und schnauf. Tuff, 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 tuff. Also, ihr sind eure Arbeitsblätter. Oh. Die Kinder sollen nach allem Ausschau halten, was auf dem Arbeitsblatt steht. Ein Boot. Ein Signalpfosten. Und ein Tunnel. Ich sehe Bäume. Sind Bäume auf dem Blatt? Äh, nein. Und ich sehe Wolken. Sind Wolken auf dem Blatt? Nein. Ich sehe Opa Clef. Ahoi, au. Hallo, Opa Clef. Ist Opa Clef auf dem Arbeitsblatt? Aber, Peppa, mein Opa ist doch nicht auf dem Arbeitsblatt. Aber er fährt mit einem Boot. Und ein Boot ist auf dem Blatt. Hurra. Die Kinder haken das Boot auf dem Arbeitsblatt ab. Fahrscheine, bitte. Herr Löffel kontrolliert bei allen die Fahrscheine. Ähm, ich hab meinen Fahrschein wohl verloren. Oh je, Bine. Miau. Da ist doch dein Fahrschein, Pedro. Du hast auf ihm gesessen. Pass auf, dass du ihn nicht nochmal verlierst, Pedro. Bergauf fährt der Zug langsam. Bergab fährt der Zug schnell. Madame Gazelle, mir ist ein bisschen schlecht. Kann ich bitte nach vorne gehen? Maybe, Pedro. Du kannst nach vorne zur Lok gehen. Tuff di tapp, tapp, tuff di tapp. Hallo, Pedro. Fühlst du dich nicht so gut? Möchtest du auch einmal den Zug steuern? Oh ja. Tuff di tapp, tuff di tapp, der Zug fährt auf und ab. Keuch und schnauf, keuch und schnauf. Tuff di tuff di tapp. 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 Ein Signalpfosten. Der ist auch auf dem Blatt. Hurra! Die Kinder haken den Signalpfosten auf ihrem Arbeitsblatt ab. Das Signal hat den Zug angehalten, damit jemand Wichtiges die Schienen überqueren kann. Tuff di tapp. Tuff di tapp. Tuff di tapp. Es ist Frau Ente und ihre Freunde. Tuff di tapp. Tuff di tapp. Tuff di tapp. Menno, wir hatten noch gar keinen Tunnel. Oh, es ist dunkel. Wir sind im Tunnel. Der Tunnel ist die letzte Aufgabe auf dem Arbeitsblatt. Hurra! Endstation! Alle Mann, bitte aussteigen. Aber Madame Gazelle, wie kommen wir denn jetzt nach Hause? Hoho, Peppa, aber da sind wir doch schon. Der Zug ist einen großen Kreis gefahren. Fahrscheine, bitte. Pedro hat wieder seinen Fahrschein verloren. Pedro, kann ich bitte meine Mütze wiederhaben? Da ist Petrus Fahrschein. Ja, da habe ich ihn hingetan. Chloes große Freunde. Peppa und ihre Familie wollen Cousine Chloe besuchen. Ich spiele gerne mit meiner großen Cousine Chloe. Chloe, Chloe. Oh, Chloe. Hey, ihr, das hier sind meine Freunde, Elma Eichhorn und Belinda Bär. Ihr könnt mich L nennen, Abkürzung für Elma. Und ich bin Belle, Abkürzung von Belinda. Ich bin Peppa. Wir nennen dich Pep. Oh, und das ist George. Wir nennen dich Sch. Du hast uns gar nicht erzählt, dass du Baby-Cousins hast, Chloe. Ich bin doch kein Baby. Aber ihr seid beide klein. Ich bin ein großes Mädchen. George ist klein. Ähm, wollen wir euch zusammen was spielen? Ja, komm. Wir spielen Verstecken. Wir spielen doch keine Baby-Spiele mehr. Wir sind fast erwachsen. Wie wäre es mit dem Ja-Nein-Spiel? Wie geht das Ja-Nein-Spiel? Ich frage dich was und du antwortest. Und wo ist da bei das Spiel? Du darfst nie sagen, Ja oder Nein. Baby, einfach. Also sollen wir anfangen? Ja. Haha, du hast Ja gesagt. Das ist nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Belle, bist du so weit? Ja. Haha, schon wieder gewonnen. Peppa ist sehr gut beim Ja-Nein-Spiel. Darf ich jetzt mal die Fragen stellen? Natürlich. Es macht dir nichts aus, wenn ich die Fragen stelle. Macht mir nichts aus. Sagst du überhaupt irgendwann nochmal Ja oder Nein? Das glaube ich kaum. Ich gebe auf. Wie kannst du nur immer gewinnen? Ist doch leicht. Ich sage einfach nie Ja oder Nein. Ha, gewonnen. Du hast Ja und Nein gesagt. Das war lustig. Machen wir noch ein Spiel? Habt ihr schon mal Sardinen gespielt? Was ist das? Einer versteckt sich und die anderen müssen ihn suchen. Hört sich genauso an wie Verstecken spielen. Aber wenn man ihn findet, ist man ganz still und versteckt sich an derselben Stelle, bis sich alle da versteckt haben. Genauso wie Sardinen in der Dose. Also gut. Wir probieren's aus. Schorsch, du versteckst dich zuerst. Eins, zwei, drei. Schorsch sucht sich ein Versteck. Neun, Zehn. Eckstein, alles muss versteckt sein. Schorsch, ich kann deinen Ringelschwanz sehen. Pepper versteckt sich bei Schorsch. Rückt mal ein Stück Schorsch. Hab euch. Jetzt muss ich Chloe auch noch zu Pepper und Schorsch quetschen. Rutscht mal. Da seid ihr ja alle. Belinda Bär quetscht sich auch noch dazu. Duckt euch. Wir sind wie Sardinen in der Dose. Wo sind die denn bloß alle? Kuckuck. Können wir jetzt mal aufhören, hier rumzurennen? Ja, jetzt chillen wir, oder? Chillen wir? Was ist denn das? Wir hängen einfach ab und reden über Sachen. Ich liebe reden. Bla, bla, bla. Kommt, wir reden über Musik. Ich stehe voll auf Rockmusik. Ähm. Und ich mag Kleidmusik. Und ich mag Hosenmusik. Aber wir mögen keine Kindermusik. Nein, nein, nein. Auf was für Musik steht ihr denn so? Ich mag die hier. Die ist nur für Große. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Kopf und Schulter, Knie und Fuß, Knie und Fuß, Knie und Fuß. Es ist Schlafenszeit für Peppa und Schorsch. Du meine Güte. Was machen die Spielsachen auf deinem Bett? Na, die wohnen da. Peppa, räum die Sachen weg in deinen Spielzeugkorb. Aber der Spielzeugkorb ist voll. Oh, du hast recht. Vielleicht brauchst du einen Spielzeugschrank. Ja, ich könnte morgen einen bauen. Das letzte, was du gebaut hast, war dieses Regal. Ich bin sehr stolz auf dieses Regal. Aber Papa, es ist ganz wackelig. Wir nehmen es als Rutsche. Für Teddy und den Dinosaurier. Na gut, dann kaufen wir eben einen Spielzeugschrank. Das können wir sofort machen. Und zwar am Computer. Hurra! Mama Wutz sucht am Computer nach einem Spielzeugschrank. Aha. So, welchen nehmen wir? Können wir den dann nehmen? Bitte. Der ist perfekt. Mama Wutz kauft den Spielzeugschrank. Glückwunsch. Ihre Bestellung wurde registriert. Oh, prima. Am nächsten Morgen kommt Herr Zebra, der Postbote, mit einer Speziallieferung. Post! Speziallieferung für Fräulein Peppa Wutz und Meister Schorsch. Was ist das? Es ist ein Spielzeugschrank. Oh. Und warum ist der so platt? Tja, der ist zum Selberbauen. Oh. Keine Sorge, Peppa. Für deine Mama und deinen Papa ist das kein Problem. Wiedersehen. 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 Und was machen wir jetzt? Jetzt bauen wir den Spielzeugschrank auf. Ja. Merkwürdig. Es gibt keine Anleitung. Vielleicht ist er so einfach aufzubauen, dass man keine Anleitung dafür braucht. Mama, können wir helfen? Ja. Zuerst brauche ich ein Brett. Hier ist ein grünes Brett. Danke, Peppa. Und jetzt brauche ich vier Beine. Eins, zwei, drei, vier. Vier blaue Beine, Mama. Wunderbar. Wir sind in Nullkommanichts fertig. Hier ist eine rote Tür, Mama Wutz. Danke, Papa Wutz. So, fertig. Gut gemacht, Mama Wutz. Aber warum ist er so winzig? Wie sollen da unsere ganzen Sachen reinpassen? Er ist wirklich ein bisschen klein. Oh, Sorge hat noch ein Stück gefunden. Ähm, vielleicht ist das ein Ersatzbrett. Und was ist mit den Teilen hier drüben? Oh, weh. Der Schrank ist so klein, weil Mama Wutz nicht alle Teile verwendet hat. Wir müssen ihn nur auseinandernehmen und nochmal anfangen. Oh, nein. Nein, hätten wir doch bloß eine Anleitung. Wer kann das sein? Hallo, in meinem Wagen lag noch das hier. Da ist ja die fehlende Anleitung. Das macht die Sache natürlich leichter. Hurra! Die Anleitung sieht sehr kompliziert aus. Die taugt nichts. Das ist Blödsinn. Lassen Sie mich mal ran, Herr Wutz. Ich liebe es, solche Sachen zusammenzubauen. Wirklich? Können wir denn irgendwie helfen? Sie können Wasser kochen. Ich hätte gern ein Tässchen Tee mit sechs Stück Zucker. Alle kümmern sich um Tee und Kekse für Herrn Zebra. Tee ist fertig, Herr Zebra. Oh, boah. Herr Zebra hat den Spielzeugschrank aufgebaut. Meine Güte, ging das schnell? Ja, und ich habe auch schon euer Spielzeug reingeräumt. Oh, danke, Herr Zebra. Aber für die beiden hier war kein Platz mehr. Oh, armer Teddy, armer Dinosaurier. Wo sollen die denn jetzt wohnen? Bestellt doch einfach noch einen selber Bauschrank. Wie wär's? Nein! Ich habe eine bessere Idee. Teddy und der Dinosaurier können in euren Betten wohnen. Aber Mama, da haben Sie doch schon vorher gewohnt. Ja, ich weiß. Darum ist es ja auch so eine gute Idee. Mimmel hat frei. Peppa, Schorsch und Luzi haben heute bei Luisa Löffel übernachtet. Ich finde es lustig, Möhren zum Frühstück zu essen, Frau Löffel. Ja, wir essen immer Möhren zum Frühstück. Ich könnte den ganzen Tag Möhren essen, aber ich muss zur Arbeit. Schönen Tag euch. Wiedersehen. Frau Löffel, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite, Luzi. Was glaubst du, wer sich um diese kleinen Hasen kümmert? Du machst das, Mama. Und es wäre mir eine große Hilfe, wenn ihr alle mal eure Spielsachen wegräumt, bevor noch jemand darüber fällt. Das wird meine Schwester sein. Guten Tag. Guten Tag, Frau Mimmel. Tante. Ich kann nicht lange bleiben. Ich habe nämlich jede Menge zu tun heute. Ich muss im Supermarkt die Kasse machen, am Eisstand verkaufen und den Bus fahren. Dann bis später, Schwester. Ja, Schwester. Ups. Frau Mimmel ist über ein Spielzeugauto gefallen. Oh weh, mein Knöchel. Ich kann ja zur Arbeit hüpfen. Von wegen. Du bleibst hier und erholst dich. Aber ich habe so viel zur Arbeit. Ich werde deine Arbeit machen. Was ist zuerst dran? Der Supermarkt. Okay. Luisa, du kümmerst dich um deine Tante. Ja, Mama. Frau Löffel ist am Supermarkt angekommen. Zum Glück sind Sie da, Frau Mimmel. Frau Mimmel ist krank. Ich werde ihre Arbeit machen. Sie sind nicht, Frau Mimmel? Nein, ich bin Ihre Schwester, Frau Löffel. Muss ich hier sitzen? Äh, ja. Haben Sie schon mal an der Kasse gearbeitet? Nein. Was kostet das bitte? Oh, ich weiß nicht. Ich habe einen Gutschein. Haben Sie Rabattmarken? Kann ich mit Kante zahlen? Ähm. Luzi Locker hat ihr Krankenschwesterkostüm an. Keine Angst. Ich tue nur so als Krankenschwester. Strecken Sie Ihre Zunge raus und sagen Aaaaaaah. Aaaaaaah. Hier bei Luisa Löffel. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist Frau Löffel. Ist alles in Ordnung? Ja. Gut, denn diese Arbeit hier dauert den ganzen Tag. Und was ist mit den anderen Arbeiten von Frau Mimmel? Wir brauchen einfach mehr Hilfe. Ähm. Eiswagen von Frau Mimmel. Papa, warum bist du denn am Eiswagen? Oh, Peppa. Ich war gerade auf dem Weg zum Sportplatz. Und da dachte ich, ein Eis wäre jetzt nett. Frau Mimmel ist heute krank. Du musst für sie einspringen und das Eis verkaufen. Ho, ho. Ich bin doch Experte für Eiscreme. Ich hätte gerne ein Kirscheis, bitte. Ähm. Erdbeere? Vanille? Schokolade? Banane? Mit Pistazie und Erdbeer, bitte. Ah, Erdbeere. Oh, es ist geschmolzen. Aber wie wäre es stattdessen mit Eiscremesuppe? Abschleppdienst von Opa Clef? Frau Mimmel ist heute krank. Kannst du vielleicht einspringen und ihren Bus fahren? Aber natürlich, Peppa. Alle an Bord? Frau Lockes Auto hat eine Panne. Abschleppdienst von Opa Clef? Können Sie mich bitte abschleppen? Ich bin gleich da. Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während ihrer Reise auftreten könnten. Einen Bus zu fahren ist nicht einfach. Eis zu verkaufen ist nicht einfach. An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch nicht einfach. Ähm. Mir geht's schon besser. Darf ich jetzt aufstehen? Nein. Sie müssen ganz ruhig liegen bleiben. Aber bitte schön weiteratmen. Geht es Ihnen wieder besser, Frau Mimmel? Deine viele Arbeit ist wirklich nicht leicht. Auf deine Kinder aufzupassen ist auch nicht leicht. Du kannst doch morgen wieder arbeiten, oder? Ja. Und du bist morgen wieder zu Hause? Ja. Auto war stark. Heute will Papa Wutz eine Spritztour mit der ganzen Familie machen. Na los. Sind alle fertig? Fertig. Ja, Papa Wutz, wir sind bereit. Aber das Auto ist nicht bereit. Schaut mal, wie schmutzig es ist. Oh, das ist doch nicht schlimm. Wirf erst mal einen Blick hinein. Oh, nein, also wirklich, Papa. Nein, also wirklich, Papa. Was hier alles herumfliegt. Zeitungen. Ja, meine. Süßkram. Von mir. Der Dinosaurier. Dino. Wir müssen das Auto waschen, bevor wir losfahren. Du hast recht, Mama Wutz. Mama, kann ich beim Waschen helfen? Ja, wenn du möchtest. Hurra! Papa Wutz wäscht das Dach. Mama Wutz wäscht die Motorhaube. Peppa wäscht die Türen. Schorsch würde gern die Fenster putzen. Aber er ist zu klein. Komm, Schorsch. Ich helfe dir. Oh je, Schorsch hat seinen Schwamm in eine Matschschöpfelze fallen lassen. Schorsch, du machst ja alles wieder ganz schmutzig. Ich mach das mal sauber. Peppa, nimm nicht das... Schmutzwasser. Oh je, jetzt ist das Auto aber wirklich schmutzig. Oh. Macht ja nichts. Wir nehmen den Gartenschlauch und spritzen es ab. Ja, ja. Ich halte den Schlauch. Peppa hält den Schlauch und Papa Wutz stellt das Wasser an. Wo bleibt das Wasser? Oh, Peppa. Halt. Entschuldigung. Papa Wutz, bitte stell das Wasser ab. Oh. Keine Farbe. Oh je, alle sind komplett nass. Jetzt ist das Auto sauber. Wir sind alle sauber. Geht ihr euch trocknen? Ich poliere das Auto. Ja, bis später. Dann bis später. Papa Wutz poliert das Auto, bis er sich darin spiegeln kann. Was für ein ulkiges Gesicht. Oh, und noch mehr ulkige Gesichter. Es sind Peppa und Schorsch und Mama Wutz. Wie das Auto plötzlich glänzt. Ja, ich bin nämlich Autowaschfachmann. Los, kommt. Ich fahre heute. Alle Mann an Bord? Jawohl. Dann geht's los. Ich hoffe, alle halten das Auto heute sauber. Ja, Mama Wutz. Ja, Mama Wutz. Ja, Mama Wutz. Mama, das warst jetzt aber du ganz allein. Hoho, also Mama. Also wirklich Mama. Schorschs Bommelmütze. Heute trägt Schorsch seine neue Bommelmütze. Halt die Bommelmütze fest, Schorsch. Sonst fliegt sie dir davon. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz, Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Ha, ha, ha. Wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Danke schön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja. Ja. Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Ha, ha, ha. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Äh. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das schmutzigste und stinkigste im ganzen Garten. Äh, am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Äh, aber deine Bommelmütze ist sauber. Ach, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Ähm, vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups. Oh je, Peppa ist voller Schlamm. Ich sehe zwei kleine Schweinchen, die dringend ein Bart brauchen. Schorschs Bommelmütze steckt auf dem Schilf im Gartenteich. Wir haben wirklich Glück. Deine Mütze ist noch immer sauber, Schorsch. Aber wie bekommen wir sie wieder? Das ist eine Aufgabe für Erwachsene. Hm, ich brauche einen Stock. Fall aber nicht rein, Opa. Ich weiß genau, was ich hier tue, Peppa. Gleich habe ich sie. Ich sehe ein großes Schwanchen, das dringend ein Bart braucht. Opa Wutz, was machst du da um Himmels Willen? Ich mache gerade ein kleines Päuschen. Stimmt doch gar nicht. Natürlich stimmt das nicht. Das war ein Witz. Man sieht ja wohl klar und deutlich, dass ich in den Gartenteich gefallen bin, oder? Also wirklich sowas Dummes. Peppa, Schorsch, ihr seid beide voll Schlamm bis in die Schuhe. Wir haben versucht, Schorschs neue Bommelmütze wiederzukriegen. Wo ist Schorschs Bommelmütze denn? Sie segelt durch die Luft. Ich hole jetzt Schorschs Bommelmütze zurück und dann geht ihr erstmal allesamt baden. Sei vorsichtig, Oma Wutz. Ich würde dafür einen Stock nehmen. Schönen Dank allerseits, aber es wird schon klappen. Ich habe Gummistiefel an. Wenn du auf den Misthaufen steigst, wirst du einsinken. Unsinn, Opa. Ich habe nicht die Absicht, eins zu sinken. Ich komme schon dran. Ich hab sie. Oh je, Oma Wutz ist voller Mist. Uh, stinkige Oma Wutz. Mama Wutz ist gekommen, um Peppa und Schorsch abzuholen. Hallo. Opa Wutz, du hattest mir doch versprochen, dass die Kinder nicht schmutzig werden. Genau genommen hatten wir dir versprochen, dafür zu sorgen, dass Schorschs Mütze nicht schmutzig wird. Und sie ist auch nicht schmutzig. Sie ist tiptop sauber. Ja, ich sehe es schon. Schorschs Bommelmütze ist hier das einzig saubere, weit und breit. Die Ferien sind zu Ende. Heute ist der letzte Tag von Peppas Urlaub in Italien. Noch ein letzter Morgenspaziergang. Noch ein letztes Mal schwimmen, Signore Wutz. Äh, ja. Noch einmal schwimmen, bevor wir nach Hause fliegen. Ich will aber für immer hier im Urlaub bleiben. Urlaub ist schön, aber er dauert nun mal nicht ewig, Peppa. Denk mal an deine Freundinnen, die zu Hause auf dich warten. Ja, ich vermisse meine Freundinnen. Und ich vermisse Goldi den Fisch. Kann ich Goldi mal anrufen? Ja klar, Peppa. Oma und Opa Wutz passen auf Goldi den Fisch auf, solange Peppa im Urlaub ist. Hallo? Hallo Oma. Wie geht's Goldi? Ähm, sie frisst ganz gut. Ich habe ihr eine Postkarte geschickt. Hat sie ihr gefallen? Deine Postkarte ist noch nicht angekommen, Peppa. Aber ich bin sicher, sie ist bald da. Oh. Wir kommen heute nach Hause. Bis später. Bis später. Luzi Locke will Peppa zum Spielen abholen. Hallo Luzi. Hallo Oma Wutz. Ist Peppa aus dem Urlaub zurück? Nein, noch nicht, Luzi. Aber sie kommt heute wieder. Oh. Luzi vermisst Peppa. Dieser Koffer ist so schwer. Bist du sicher, dass wir das alles brauchen, Mama Wutz? Das sind lauter wichtige Andenken an unseren Urlaub. Okay. Seid ihr alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann ab nach Hause. Wiedersehen. Ciao. Oh, guck mal. Oh weh. Peppa hat Teddy vergessen. Was für ein schöner Urlaub. Ja. Und ich war auch noch nie so entspannt. Oh. Herr Wachtmeister. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber es kommt nicht wieder vor. Signore Wutz, hier ist Ihr Teddy. Bitte passen Sie besser auf ihn auf. Teddy. Wir fliegen heute nach Hause. Luzi Locke kann es nicht erwarten, dass Peppa zurückkommt. Hallo Luzi. Ist Peppa schon zurück? Nein, Luzi. Aber sie ist gerade auf dem Rückflug. Flugzeug fliegt, Sonnenschein. Fliegen, das ist richtig fein. Ich hoffe, zu Hause scheint auch die Sonne. Peppa und ihre Familie sind wieder zu Hause angekommen. Oma Wutz. Opa Wutz. Goldi. Was hat Opa denn mit dir gemacht? Ähm, sie ist vielleicht ein bisschen füllig geworden, oder? Du schlimmer Opa. Du hast sie zu viel gefüttert. Sie hatte immer Hunger. Wir haben euch was aus Italien mitgebracht. Guck mal, Opa Wutz, ein wunderschöner Gartenzwerg. Oh, das war doch nicht nötig. Oma, ist meine Postkarte schon da? Nein, Peppa, noch nicht. Oh. Da kommt meine Postkarte. Hallo. Oh, es ist nur Luzi. Ich hab dich so vermisst, Peppa. Nee, ich dich doch auch, Luzi. Peppa und Luzi sind beste Freundinnen. Da kommt Herr Zebra, der Briefträger. Eine Postkarte aus dem fernen Italien. Ohoho, wir waren schneller hier als die Postkarte. Guck, Goldi. Ich hab dir aus dem Urlaub diese Karte geschrieben. Hattest du denn einen schönen Urlaub in Italien, Peppa? Ja. Und du, wie war's bei dir? Es hat jeden Tag geregnet. Oh, super. Das heißt, es gibt hier eine Menge Matschepfitzen. Peppa und Luzi lieben es, in Matschepfitzen rumzuhüpfen. Urlaub ist was Schönes. Aber nach Hause kommen zu den Matschepfitzen ist sogar noch schöner. Die Reise zum Mond. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Peppa spielt Titschball. Schorsch und Edmund Elefant spielen mit ihren Weltraumspielzeugen. Mond, Mond. Schorsch tut so, als ob der Titschball der Mond wäre. Ich hab gerade mit dem Ball gespielt. Au. Edmunds Spielzeug ist auf Peppas Kopf gelandet. Das ist lustig. Fliegt ihr zum Mond? Das ist doch nur langweiliger Weltraumkram für Babys, Papa. Das ist doch nicht echt. Aber der Weltraum ist echt, Peppa. Und es gibt Raketen, die fliegen zum Mond. Im Museum gibt es eine Ausstellung über den Mond. Sollen wir sie uns ansehen? Ja. Aber müssen wir dann wirklich zum Mond fliegen? Nein, Peppa. Wir fliegen nicht wirklich zum Mond. Wir fahren zum Museum. Okay. Das ist das Museum. Hallo zusammen. Wollt ihr zur Mondausstellung? Ja, Frau Mümmel. Fünf Karten, bitte. Ihr, bitteschön. Genießt eure Reise zum Mond. Oh, wir fliegen ja tatsächlich zum Mond. Nein, Peppa. Ihr tut nur so als ob. Hier entlang, bitte, für die Reise zum Mond. Herr Löffel führt die Tour. Oh. Bereit machen zum Abflug. Wir tun nur so als ob, oder? Genau, Peppa. Wir tun nur so. Fünf, vier, drei, zwei, eins, start. Wir leben auf einem Planeten. Weiß jemand, wie er heißt? Erde. Das stimmt. Ich bin ja auch Experte im Weltraum. Es gibt noch sieben andere Planeten, die unsere Sonne umkreisen. Weiß jemand, wie sie heißen? Ähm ... Der Merkur. Oh, sehr gut, Edmund. Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus. Edmund weiß alles über den Weltraum. Ich bin ein Schlauberger. Weiß denn jemand, woraus die Planeten bestehen? Die sind aus Pappkarton. Diese Modelle sind aus Pappkarton. Aber echte Planeten bestehen aus Stein und Eis und Gas. Aber der Mond ist natürlich aus Käse. Nein, der Mond ist auch aus Stein. Und das hier ist eine ernsthafte Tour. Also keine Witze. Da wären wir, auf dem Mond. Das ist aber nicht der echte Mond, oder doch? Nein, wenn es der echte Mond wäre, könntet ihr über meinen Kopf springen. Oh. Oh. Weiß jemand, warum man auf dem Mond so hoch springen kann? Die Schwerkraft. Oh, ja, das stimmt, Edmund. Die Schwerkraft hält uns alle auf dem Boden. Auf dem Mond ist sie schwächer. Deshalb kann man höher springen. Oh. Wir tun hier so, als ob wir auf dem Mond springen. Mit Hilfe der Wissenschaft. Das klingt beeindruckend. Wie machen Sie das? Mit starken Gummibändern. Alle werden an Anti-Schwerkraft-Gummibänder geschnallt. Auf einem nicht echten Mond zu springen, macht Spaß. Und das ist das Ende der Tour. Bitte hier entlang. Gibt es Bäume auf dem Mond? Nein. Gibt es denn Autos auf dem Mond? Nein. Gibt es vielleicht Mondläden? Nein. Das wäre doch Unsinn. Willkommen im Mondladen. Wir haben Mondkarten, Mondbücher. Wir haben sogar Bilder von Schweinchen auf dem Mond mit einem Elefanten. Guck mal, das sind wir, wie wir auf dem Mond springen. Wir haben auch Mondstangen. Da ist ein Bild vom Mond mittendrin. Oh. Oder wie wir es mit echtem Mondkäse. Was kostet er denn, Frau Mümmel? Fünf Euro, bitte. Fünf Euro? Alles für einen guten Zweck. Jetzt mag ich den Mond. Er ist nämlich sehr interessant. Und sehr lecker. Schorsch hat sich erkältet. Heute regnet es ein bisschen. Peppa, Schorsch, zieht eure Regensachen an. Wenn es regnet, müssen Peppa und Schorsch ihre Regensachen anziehen. Schorsch mag seinen Regenhut nicht tragen. Schorsch, du musst deinen Hut anlassen. Warum? Weil du trocken bleiben sollst. Warum? Weil du dich erkälten könntest. Warum? Schorsch, willst du draußen spielen oder nicht? Dann lass deinen Hut an. Komm mit, Schorsch. Peppa und Schorsch wollen in Matschepfützen herumspringen. Schorsch möchte seinen Regenhut nicht tragen. Peppa, Schorsch. Kommt ins Haus. Es regnet jetzt zu stark, um draußen zu spielen. Oh, Schorsch, wo ist dein Regenhut? Hatschi! Schorsch hat sich erkältet. Hatschi! Armer kleiner Schorsch. Du hörst dich gar nicht gut an. Keine Sorge. Ich rufe Dr. Braunbär an. Dr. Braunbär am Apparat? Aha. Stecken Sie Schorsch ins Bett. Ich komme gleich vorbei. Danke, Dr. Braunbär. Wiederhören. Muss Schorsch denn jetzt ins Krankenhaus und bekommt Medizin? Nein, Schorsch muss einfach nur ins Bett. Oh, dann ist Schorsch ja gar nicht richtig wirklich krank. Hatschi! Ihhh, das ist ekelhaft. Armer Schorsch, ich bring dich gleich ins Bett. Schorsch, du musst jetzt eine Weile im Bett bleiben. Nein! Schorsch möchte aber nicht im Bett bleiben. Hatschi! Schorsch, du musst im Bett bleiben, bis es dir wieder besser geht. Warum? Weil du dich schön warm halten sollst. Warum? Ähm, weil Dr. Braunbär es gesagt hat. Hallo, wo ist denn mein Patient? Mach weit auf und sag Aaaaaaah. Schorsch hat ein bisschen Angst. Hm, Peppa, du bist schon groß und tapfer. Kannst du, Schorsch, zeigen, wie das geht mit dem Aaaaaaah? Natürlich! Aaaaaaah! Hm, Schorsch hat sich erkältet. Bekommt Schorsch Medizin? Nein, aber er kann heute Abend eine schöne, warme Milch trinken. Das hilft ihm, einzuschlafen. Dankeschön, Dr. Braunbär. Gern geschehen. Wiedersehen. Schorsch war den ganzen Tag im Bett. Jetzt ist Peppers Schlafenszeit. Schorsch, geht es dir besser? Schorsch, geht es nicht besser? Schorsch, würdest du bitte nicht zu laut niesen? Ach, das ist ja unmöglich. Schorsch, hier hast du eine schöne warme Milch, um besser einzuschlafen. Die warme Milch macht Schorsch sehr, sehr schläfrig. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Ah, es ist so friedlich und ruhig. Es ist morgen. Schorsch hat sehr gut geschlafen. Schorsch geht es besser. Kommt alle nach draußen. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Schorsch trägt seinen Regenhut. Er möchte sich nicht noch mal erkälten. Oh, Schorsch, heute brauchst du deinen Regenhut nicht. Warum? Weil es sonnig und warm ist. Warum? Schorsch, kannst du mal aufhören, warum zu sagen? Warum? Warum? Schorsch geht es wirklich besser. Mama Wutz muss arbeiten. Mama Wutz arbeitet am Computer. Papa Wutz kocht das Mittagessen. Papa, dürfen wir Mama bei ihrer Arbeit zuschauen? Ja, aber nur, wenn es sie dabei nicht stört. Sie hat heute eine ganze Menge zu tun. Klar doch, Papa. Mama Wutz hat heute eine Menge wichtiger Arbeit zu erledigen. Mama, dürfen Schorsch und ich auf deinen Schoß, während du schreibst? Ja, wenn ihr ganz still sitzt. Peppa und Schorsch schauen Mama sehr gern bei ihrer Arbeit zu. Mami, dürfen wir jetzt das Hunde zu tun bei dir spielen? Von mir aus können wir das gerne später spielen. Erstmal muss ich arbeiten. Mama, dürfen wir mithelfen? Nein, Peppa. Hände weg vom Computer. Und Schorsch, das gilt für dich ganz genauso. Ja, Schorsch, mach bloß nicht sowas. Peppa, nein. Entschuldigung, Mama, ich wollte Schorsch nur zeigen, was er nicht tun darf. Oh je, was macht der Computer denn da? Papa Wutz, Papa Wutz. Was gibt's, Mama Wutz? Papa Wutz, schaust du nach dem Computer? Ich mache das Essen, du schaust nach dem Computer. Wie du meinst, Mama Wutz? Aber ich bin nicht sehr gut in sowas. Oh, danke, Papa Wutz. Papa Wutz macht sich an die Arbeit. Ähm, manchmal hilft einfach ausschalten. Und dann wieder einschalten. Papa Wutz hat es geschafft. Der Computer läuft. Hurra, Papa. Ja? Ich bin halt Experte in diesen Dingen. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette? Oder, wie ist es? Ja? Same? Super. Das ist gut. Das ist gut. Luca ist gut. Es ist gut. Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Der Urlaub mit Katinka Klingel ist zu Ende. Wollt ihr Kinder nicht lieber im Garten spielen, solange wir packen? Okay, Mama. Dieser Urlaub ist der allerbeste. Es war so schön mit euch, Peppa. Ich wünschte, wir müssten nicht wieder nach Hause fahren. Sei nicht traurig. Ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Oh, ist es eine Banane? Nein. Sorry, ja. Nein. Es ist ein Ding. Ja, aber es ist nicht irgendein altes Ding. Es ist ein Boomerang. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt es die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Äh, was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schorsch, probier du es doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Werf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf. Nö. Ja, ich hab ihn. Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen. Dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei. Los. Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo. Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich hab gerade die Kinder gezeigt, wie man einen Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er. Da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Also, wir gehen da mal lieber, solange noch ein Fenster heil ist. Wieso? Jetzt will ich es auch mal probieren. Zeigen wir Ihren Gästen mal, wie man einen Boomerang schleudert. Danke, Herr Wallaby. Ach, keine Ursache. Dafür sind Nachbarn doch da. Also, der Trick ist, man muss den Boomerang mehr aufrecht werfen. Genau so. Sehr gut, sehr gut. Das ist ein guter Wurf. Da kommt er. Sehr gut, sieht gut aus. Oh nein, fangt ihn auf. Oh weh. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. So, ähm, wir sollten jetzt aber wirklich mal abhauen. Brauchen Sie Hilfe mit Ihren Scheiben? Nee, kein Problem, Kumpel. Diesmal war es meine Schuld. Herr Wallaby ist wirklich ein sehr netter Nachbar. Man sieht sich. Wiedersehen. Wiedersehen. Wo wart ihr denn? Äh, ein bisschen Boomerang werfen, weißt du? Alle Fenster von Herrn Wallaby sind kaputt. Wir hatten viel Spaß. Stimmt's, Kinder? Ja. Es war sehr, sehr schön mit euch, Pepper. Wir fanden es auch toll. Hab ich recht, George? Was ist dein Abschiedsgeschenk nicht? Oh ja, der Boomerang. Dankeschön. Komm bald mal wieder. Das mache ich. Genauso wie der Boomerang. Peppa hatte den besten Urlaub aller Zeiten bei Katinka Känguru. Gertrud, der Rettungszug. Opa Wutz macht mit Peppa und George einen Ausflug in seinem kleinen Zug Gertrud. Ich liebe deinen Zug, Gertrud. Und das Allerbeste ist, Gertrud hat Gummireifen. Deshalb brauchen wir auch nicht auf Schienen zu fahren. Wir können überall hinfahren, wo wir wollen. Opas kleine Lok macht tuff, 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 tuff. Opas kleine Lok macht tuff, 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 tuff den ganzen Tag. Frau Mümmel bringt die Erwachsenen mit ihrem großen Zug zur Arbeit. Guten Morgen, Opa Wutz, sind Sie wieder mit Ihrem Spielzeugzug unterwegs. Meine Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive. Oh, wie reizend. Tschüss. Los, fahr schneller, Opa Wutz. Aber wie? Schneller geht es nicht. Gertrud gibt doch schon alles. Der große Zug fährt sehr schnell. Oh je. Der große Zug hat eine Panne. Was ist passiert? Wir müssen doch zur Arbeit. Hallo, Frau Mümmel. Haben Sie etwa Probleme mit Ihrem Zug? Hahaha. Das ist überhaupt nicht lustig, Opa Wutz. Alle meine Passagiere müssen zur Arbeit. Sie müssen sich einen Zug besorgen, der keine Panne hat. Wie meine Gertrud. Das ist eine gute Idee. Raus mit Ihnen. Was? Ich borge mir Ihren Zug. Und umsteigen bitte. Und was wird jetzt bitte aus mir? Sie könnten doch so lange den großen Zug reparieren. In Ordnung. Ich liebe es, Dinge zu reparieren. Oh, wie spaßig. Ich fahre im Spielzeugzug. Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive. Natürlich. Achtung, der Spielzeugzug fährt los. Kann der Zug nicht etwas schneller fahren? Nein. Gertrud ist ein langsamer Zug. An der nächsten Station wartet Frau Kuh. Was ist denn mit dem großen Zug passiert? Ist der geschrumpft? Nein. Dies ist ein Spielzeugzug. Opas Gertrud ist kein Spielzeugzug. Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive. Und es geht los. Opa Wutz liebt es, Dinge zu reparieren. So viel interessanter Krems und Krams. Oh je. Ein Verkehrsstau. Gertrud kann doch auch auf der Wiese fahren. Natürlich. Tschüss, ihr alle. Frau Mümmel nimmt eine Abkürzung. Am Ententeich vorbei. Hallo Enten. Den Hügel rauf. Hallo Gertrud. Du schaffst das. Bis zur nächsten Haltestelle. Hallo. Wo ist denn der große Zug? Der große Zug ist kaputt. Wir fahren heute mit dem Spielzeugzug von Opa Wutz. Opas Gertrud ist kein Spielzeug. Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive. Und gleich kommt die Endstation. Das hier kommt hier hin. Und das hier kommt dorthin. Opa Wutz hat den großen Zug repariert. So gut wie neu. Endstation. Jetzt können Sie alle zu Ihrer wichtigen Arbeit gehen. Nein, nicht ganz. Da die Fahrt so lange gedauert hat, ist Feierabend. Oh, dann fahren wir eben zurück. Aber wenn wir mit Gertrud fahren, brauchen wir eine Ewigkeit für den Weg. Hallo alle zusammen. Ich habe den großen Zug repariert. Das ist sehr gut, Opa Wutz. Und umsteigen bitte. Und es geht los. Stopp. Was ist mit Gertrud? Gertrud, wir können Sie nicht hier lassen. Ja, Gertrud. Keine Sorge. Wir nehmen den Spielzeugzug einfach mit. Gertrud ist kein Spielzeug. Wissen wir. Sie ist eine echte Miniatur-Lokomotive. Gertrud ist der beste Zug auf der ganzen weiten Welt. Der Haustierwettbewerb. Peppa und ihre Freunde sind im Kindergarten. Kinder, morgen gibt es ihr einen Austierwettbewerb. Oh. Ihr bringt eure Austiere mit und das beste Tier bekommt einen Preis. Ich bringe mein Haustier-Goldfisch mit. Ich bringe meine Stabschrecke mit. Ich komme mit meinem Gekko. Ich bringe Äffchen mit. Das ist kein Haustier. Das ist ein Stofftier. Das ist kein Stofftier. Das ist Äffchen. Er mag Hunde, Klausi. Bring Äffchen ruhig mit, wenn du willst, Zoe. Und jetzt ab nach Hause. Und vergesst morgen nicht die Haustiere für den Wettbewerb. Es ist der Abend vor dem Haustierwettbewerb. Peppa und Luzi kümmern sich um Goldi. Ist nur Goldi. Du hast einen großen Tag vor dir. Ich poliere nochmal dein Glas. Wunderbar. Pedro spricht mit seiner Stabschrecke. Eine Stabschrecke ist ein Insekt, das aussieht wie ein Stock. Morgen früh kommst du mit mir in den Kindergarten. Das beste Haustier wird einen Preis bekommen. Das bist bestimmt du. Edmund Elefant spricht mit seinem Gekko. Guck mal hier. Und jetzt bist du dran. Zoe Zebra spricht mit Äffchen. Bist du schon aufgeregt vor dem Wettbewerb, Äffchen? Du musst morgen also ganz brav sein. Sei bloß kein Frech, Dachsäffchen. Heute ist der Haustierwettbewerb. Madame Gazelle, wer entscheidet denn, welches Haustier das Beste ist? Dr. Amster. Hallo zusammen. Hallo. Oh, was habt ihr da für niedliche Haustiere? Was für ein glücklicher kleiner Fisch. Wie heißt er denn? Das ist Goldi. Die kennen sie schon. Und sie hat ein sehr glänzendes Glas. Was macht Goldi denn den ganzen Tag? Sie schwimmt gerne herum. Und dabei macht sie immer. Wunderbar. Und wer ist das? Das ist meine Stabschrecke. Wie heißt die? Kevin. Was macht Kevin so? Aussehen wie ein Stock. Erstaunlich, nicht? Oh. Und was für Ragger haben wir denn da? Das ist ein Gekko. Hat er auch einen Namen? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Richtig. Und was macht er so? Das. Oh. Und wer kommt jetzt? Oh, 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 oh. Öffchen. Hältst du ihn extra falsch rum? Ja. So schläft er. Jo, verstehe. Er ist entzünd. Ich habe mein Haustier auch mit. Die Schildkröte Knipsi. Er klettert gerne auf Bäume. Und wer hat gewonnen? Ja. Wer kriegt denn den Preis? Oh, den Preis bekommt also, äh, ähm, Knipsi, die Schildkröte. Dr. Dr. Hamster hat ihrem eigenen Haustier den ersten Preis gegeben. Das ist nicht fair. Das ist doch ihr Tier. Oh nein. Das ist doch nur der Preis für die beste Schildkröte. Den Preis für den besten Fisch kriegt doch goldiger Fisch. Hurra. Den Preis für den besten Gecko bekommt der Gecko. Hurra. Den Preis für das Tier, das am meisten so aussieht wie ein Stock, bekommt Kevin. Hurra. Den Preis für den besten Affen bekommt... Doktor Hamster, das ist kein richtiger Affe. Das ist nur ein Stofftier. Den Preis für den besten Stofftier-Affen bekommt also Äffchen. Hurra. Aber Dr. Hamster, welches Haustier ist denn jetzt das Beste? Alle, Peppa. Alle sind glückliche und gesunde Haustiere. Und so niedlich. Ein Fisch namens Goldi. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Papa Wutz fährt mit dem Auto zur Arbeit. Zeit fürs Frühstück, Goldi. Mama Wutz füttert Goldi den Fisch. Mama, Goldi hat gar keinen Hunger. Oh, vielleicht fühlt sie sich nicht gut. Wir rufen besser Dr. Hamster an. Tierarztpraxis. Ist Dr. Hamster hier? Hallo, Dr. Hamster. Unser Fisch Goldi frisst heute nicht. Und sie sieht traurig aus. Oh, sie kommen am besten gleich vorbei mit Goldi. Oh, Papa hat ja das Auto. Wie kommen wir jetzt zur Tierärztin? Wir nehmen den Bus. Oh, klasse. Das ist die Bushaltestelle. Auf dem Fahrplan steht, der nächste Bus kommt um 10 Uhr. Und wie viel Uhr ist es jetzt? 10 Uhr. Hurra! Wie viele Fahrscheine? Ein Mama-Fahrschein und zwei kleine Schweinchen. Und einmal Fisch, bitte. Der Fisch fährt umsonst. Festhalten! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Festhalten! Herr Bulle wartet auf den Bus. Oh, einen Fahrschein zum Musikklagen, bitte. Guten Morgen, Herr Bulle. Wir fahren mit Goldi zur Tierärztin. Oh weh. Geht's uns heute nicht gut, Goldi? Sie kann nicht sprechen. Sie ist ein Fisch. Natürlich. Vielleicht mag sie ein bisschen Musik aus meiner Tuba. Die klingt aber komisch. Darum fahre ich auch zum Musikklagen. Die reparieren sie. Oh. Frau Locke, Frau Mietze, Herr Zebra und Madame Gazelle steigen in den Bus. Allor, vier Fahrscheine zum Supermarkt, bitte. Hallo, Madame Gazelle. Wir bringen Goldi zur Tierärztin. Oh, geht's Goldi nicht gut? Sie mag sie. Die Räder vom Bus drehen rundherum, rundherum, rundherum. Die Räder vom Bus drehen rundherum, Tag für Tag. Supermarkt. Wiedersehen. Musikladen. Wiedersehen. Endstation. Tierärztin. Die Tierärztin macht kranke Tiere wieder gesund. Oh, ist das der traurige kleine Fisch, der nicht frisst? Ja, sehen Sie mal. Goldi frisst das Futter. Oh, zu Hause hatte sie keinen Hunger. Vielleicht war es Goldi zu Hause zu langweilig. Ich glaube, die spannende Reise hat sie aufgemuntert. Ah. Du hast wirklich einen gesunden und glücklichen Fisch. Sie ist goldig. Herzlichen Dank, Dr. Hamster. Mama Wutz, Pepper und Schorsch fahren mit dem Bus nach Hause. Herr Bulle fährt auch nach Hause mit seiner reparierten Tuba. Sie ist so gut wie neu. Madame Gazelle und ihre Freunde fahren mit ihren Einkäufen nach Hause. Ich sehe, Goldi ist wieder ein glücklicher Fisch. Ja, die Busfahrt hat sie wieder gesund gemacht. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, Tag für Tag. Hallo, wo wart ihr denn? Wir waren mit Goldi bei der Tierärztin. Und jetzt geht's ihr besser. Oh je, Goldi hat Husten. Wir sollten mit Goldi morgen nochmal zur Tierärztin. Ich kann euch im Auto hinbringen. Nein, Papa, wir fahren lieber Bus. Das macht Spaß. Okay, wir nehmen den Bus. Hurra! Alle lieben Busfahren, besonders Goldi, der Fisch. Die Kuckucksuhr. Es ist früh am Morgen. Mama und Papa Wutz schlafen noch. Aufstehen! Aufstehen, Mama und Papa! Äh, äh, was? Es ist Zeit aufzustehen. Es ist noch früh am Morgen. Weißt du nicht, wie spät es ist, Peppa? Nein, Papa. Unsere Uhr ist kaputt. Oh je, mal sehen, ob wir sie wieder hinkriegen. Ah, die alte Kuckucksuhr. Warum heißt sie Kuckucksuhr? Da wohnt ein kleiner Holzvogel drin. Er heißt Kuckuck. Den Kuckuck habe ich noch nie gesehen. Mag sein. Wir haben sie auch schon lange nicht mehr aufgezogen. Sein Kuckuck wurde uns ein bisschen zu fiel. Oh, können wir sie wieder aufziehen, bitte? Wird gemacht. Papa Wutz zieht die Kuckucksuhr auf. Fertig! Papa Wutz stellt die Uhr richtig ein. Es ist beinahe neun Uhr. Papa, können wir jetzt den Kuckuck sehen? Ihr werdet ihn gleich sehen. Wie sieht er überhaupt aus, Papa? Lass mich überlegen. Er bewegt seinen Kopf ungefähr so. Und er schlägt mit den Flügeln etwa so. Und er macht Kuckuck. 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 Du bist ja ein kleiner, lauter Kuckuck, Schorsch. Guckt, da drin tut sich schon was. Ui. Dummer, Schorsch. Du hast ihn verpasst. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Guck so. Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch. Wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrrr, Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Peppa, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Und, war da der Kuckuck? Kuckuck, Kuckuck. Peppa und Schorsch spielen gerne Kuckuck. Kuckuck, 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 Kuckuck. Es ist Schlafenszeit. Peppa und Schorsch sind sehr müde. Kuckuck, komm. Peppa und Schorsch schlafen tief und fest. Ah, ist es denn schon wieder morgen? Ähm, nein, Schlafenszeit. Dem Kuckuck geht es nicht gut. Vielleicht braucht er Schlaf, so wie du und Schorsch. Gute Nacht. Gute Nacht, meine kleinen Spanchen. Schorsch, ich weiß, wie es dem Kuckuck besser geht. Wir ziehen die Uhr auf, wie Papa es gemacht hat. Mama und Papa schlafen tief und fest. Äh, was? Mama, Papa, wir müssen euch was zeigen. Jetzt geht es dem Kuckuck besser. Stopp. Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, 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 Nina? Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn noch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär, könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, Upsi, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen. Freddy, würdest du nochmal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sag Dankeschön zu Doktor Braunbär. Dankeschön, Doktor Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denk dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann noch... Doktor Braunbär rollt den Hügel hinunter. Au, 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 au. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Au, 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 au. Er ist an einen Baum geknallt. Au, 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 au. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Au, au, au. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja. Dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Au, 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 au. Keine Sorge, Doktor Braunbär. Papa, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor schon vergessen. Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen. Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall ist es... Sie heißen Sie. Doktor Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Au! Ich bin bitter. Ach! Kinder, sag Dankeschön zu Dr. Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Dankeschön, Dr. Braunbär. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Die Weihnachtsshow. Es ist Weihnachtszeit. Peppas Kindergartengruppe will sich im Theater Mr. Kartoffels Weihnachtsshow ansehen. Wir sind da. Oh, das sind bestimmt die Leute, die heute Theater spielen. Mr. Kartoffel. Miss Möhre. Biene Blaubeer. Und kleines Krautsch. Allor, eure Karten. Setzt euch auf den Platz mit der richtigen Nummer. Hier ist mein Platz. Nummer 5. 6. 7. 8. 9. 10. Fertig, Kinder? Die Show wird gleich losgehen. Ähm, Madame Gazelle, ich muss noch mal aufs Klo gehen. Oh, Pedro. Entschuldigung, ähm, sorry. Danke. Beeil dich, Pedro. Ich war noch nie bei einer Weihnachtsshow. Das ist ganz schön aufregend. Tut mir leid. Ähm, Entschuldigung. Psst. Kinder, seid jetzt bitte alle ruhig. Was ist das für Musik? Die Show fängt jetzt an. Oh, Entschuldigung. Das ist nicht die Musik von der Weihnachtsshow. Es ist Madame Gazelles Handy, das klingelt. Boah. Und welches Handy ist das? Jetzt fängt wirklich die Weihnachtsshow an. Willkommen zu Mr. Kartoffels Weihnachtsshow. Mit meinen tollen Leuten und einer Überraschung. Oh. Hallo, Kinder. Ich bin Mr. Kartoffel. Das ist Miss Mörle. Hier kommt der Biene Blaubeer. Und jetzt alle bitte einen dicken Applaus für unseren jüngsten Spross. Kleines Kraut. Wo ist kleines Kraut denn hin? Kleines Kraut, wo steckst du? Er ist weg. Oh. Könnt ihr uns helfen, ihn zu finden, Kinder? Ja. Wenn ihr ihn seht, Kinder, ruft laut. Da ist kleines Kraut. Da ist kleines Kraut. Genauso. Wenn ihr ihn seht, ruft genauso. Da ist er ja. Er ist hinter euch. Wo? Da. Hinter euch. Ich seh ihn nicht. Die haben ja wohl Tomaten auf den Augen, oder? Da bist du ja, du freches kleines Kraut. Guckt, ich bin eine verzauberte Möhrenfee. Und jetzt, Kinder, kann ich fliegen. Die wird an einem Seil hochgezogen. Ihr zwei dürft euch etwas wünschen. Was ist euer Wunsch? Wir wünschen uns einen Weihnachtsbaum. Euer Wunsch ist mir Befehl. Oh. Und jetzt singen wir unser Weihnachtslied. Wollt ihr es gerne hören, liebe Kinder? Ja. Kleines Kraut auf dem Weihnachtsbaum. Kartoffeln, Möhre, Blaubeer, Glaubensgau. Ja, wir wünschen euch zusammen ein frohes Fest. Und ein Weihnachten, das ihr nie vergesst. Das war's. Wiedersehen, Kinder. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch allen. Das war ein bisschen kurz. Hallo. Wir haben noch eine Überraschung für euch. Eine sehr bedeutende Person ist hier, um euch alle zu begrüßen. Hau, hau, hau. Wartet mal, wer das sein könnte. Hau, hau, hau. Es ist die Königin. Es ist der Weihnachtsmann. Hurra. Hallo, Kinder. Wart ihr auch alle brav? Ja. Habt ihr auch immer schön eure Zähne geputzt? Ja. Und immer schön eure Zimmer aufgeräumt? Ja. Sehr gut. Hau, hau, hau. Frohe Weihnachten. Und jetzt noch mal das Weihnachtslied. Alle zusammen. Ja. Kleine Wesen. Peppa und Schorsch helfen Opa Wutz bei der Gemüseernte. Peppa, hier ist ein Salat. Dankeschön, Opa. Oh, was ist denn das? Wow, da sitzt ein scheußiges Monster mittendrin. Monster. Ho, ho, das ist doch kein Monster. Das ist bloß eine kleine Schnecke. Oh, wohin ist sie verschwunden? Sie versteckt sich im Schneckenhaus. Wohnt sie denn da drin? Ja, es ist ihr Haus. Schau, sie kommt wieder raus. Da ist sie. Hallo, Frau Schnecke. Opa, hat denn Frau Schnecke auch ein Bett in ihrem Haus? Ho, ho. Oh, nein, Peppa. Wenn ich eine Schnecke wäre, hätte ich ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und einen Kühlschrank und einen Fernseher. Ha, 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 ha. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel. Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau. Jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat aus. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Butz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken. Wir sind freche Schnecken. Überraschung. Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Können wir auch Schnecken sein? Ich befürchte, ich habe nicht für jeden von euch einen Korb. Ihr könntet doch auch etwas anderes sein. Da gibt's viel Spannendes in einem Garten. Eine Karotte? Luisa Löffel mag gern Karotten. Nein, Luisa, keine Karotte. Kommt doch mal her. Was ist das für ein Gesumm? Es kommt hier aus dem kleinen Haus. Du, Opa, warum kommt hier aus dem Puppenhaus dieses komisch summende Geräusch? Das ist kein Puppenhaus, Peppa. Es ist ein Bienenhaus. Genannt Bienenstock. Oh. Seht mal, hier kommt eine. Was will sie denn nur? Sie sammelt den Nektar aus den Blüten und fliegt dann zum Bienenstock, um Honig daraus zu machen. Hm, ich liebe Honig. Wollen wir Biene spielen? Summ, Summ, Summ. Ja, wir sind Bienen. Summ, 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 Summ. Ha, 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 ha. Fein, welch fleißige Bienchen. Genau, wir sind fleißige Bienen. Bz, pss. Und jetzt fliegen wir zum Bienenstock zurück und machen Honig. Bz, pss. Bz, pss. Gütiger Himmel, was ist denn hier los? Umi, wir sind fleißige Bienen. Bz, pss. Ah, mögen die fleißigen Bienchen Toast? Ja, bitte. Was mögt ihr denn gern auf euren Toast? Honig! Ihr habt Glück. Genau das habe ich gemacht. Toast mit Honig. Hurra! Ich bin gerne eine Biene, weil sie dauernd leckeren Honig essen. Ich bin gerne eine Schnecke. Sie essen Opas ganzen Blattsalat. Oh! Oh! Du frecher Schlingel! Oh!